Heute dreht sich alles um die LUTs oder auch Lookup Table genannt. Ja und damit ein recht herzliches Willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Marco und heute geht es um LUTs, also Lookup Table. Der ein oder andere von euch hat bestimmt schon mal von LUTs gehört oder irgendwelche Pakete online gesehen, wo LUTs vertrieben werden. Und LUTs sind nichts anderes als im Endeffekt Bildlooks. Und diese können wir eben auf unsere Fotos, aber beispielsweise auch Videos anwenden. Und heute schauen wir uns einfach mal an, wie man das Ganze in Affinity Photo macht. Das heißt, wie man diese LUTs importiert, anwendet etc. Aber auch seinen eigenen LUT damit erstellen kann, damit man den beispielsweise als Preset speichern kann und dann auf zukünftige Projekte immer wieder anwenden kann. Übrigens, das ist ein kleiner Auszug aus meinem Affinity Photo Grundlagenkurs. Falls euch das interessiert, schaut einfach kurz unten in die Beschreibung, dort findet ihr den Link zum Kurs. Ein weiterer wichtiger Part in Affinity Photo sind die sogenannten LUTs oder auch Lookup Table genannt. Ein Lookup Table ist nichts anderes als eine Tabelle, also ein Table, der unsere Farben definiert, beziehungsweise Bereiche in unserem Bild beispielsweise umfärbt. Und ihr kennt das bestimmt, ihr habt das schon ganz oft im Internet irgendwo gesehen. Es gibt solche LUT-Packs, die man sich ganz einfach runterladen kann und mit denen man dann den Look von seinem Bild mit einem Klick verändern kann. Und das geht natürlich auch in Affinity Photo. Aber nicht nur das, sondern ihr könnt aus Affinity Photo auch eure eigenen LUTs exportieren und damit beispielsweise selber so ein LUT-Pack erstellen. Das ihr dann eben auf eure Fotos anwenden könnt und dadurch könnt ihr einen durchgängigen Look für alle eure Fotos erstellen. Das heißt beispielsweise, wenn ihr einen durchgängigen Instagram-Feed haben wollt, dann könnt ihr euch einmal euren Look definieren und diesen Look dann auf all eure Fotos anwenden. Und habt dadurch dann im Endeffekt einen durchgängigen Instagram-Feed. Gut. Unsere LUTs, die finden wir hier an der Seite bei den Ebenen unter Anpassung. Ganz wichtig, wir müssen unsere Ebene ausgewählt haben, dann auf Anpassung gehen und dann finden wir hier die sogenannten LUTs. Wenn wir da einmal draufklicken, öffnet sich unser Fenster und wir haben hier unsere Default-LUTs drin. Und zwar haben wir hier beispielsweise eben einige, die bereits vorgegeben sind von Affinity Photo, Deuterano Pi, Protano Pi, also irgendwelche speziellen Namen. Und hier sehen wir schon, ich habe hier eigene Presets festgelegt. Und die kann man eben, wie gesagt, selber definieren und eben aber auch reinladen. Ich zeige euch jetzt als erstes mal, wie ihr beispielsweise ein LUT-Pack importieren könnt, das ihr euch im Internet gedownloadet habt. Ihr klickt hier einmal auf den Icon und findet dann hier LUTs importieren. Ihr seht bloß meinen Mauszeiger leider. Der Rest ist in dem Fall leider abgeschnitten. Ihr klickt einmal drauf und euer Finder öffnet sich. Danach navigiert ihr genau dahin, wo ihr eure LUTs liegen habt, also der Ordner, und klickt dann auf Öffnen. Und dann habt ihr hier alle möglichen LUTs, die ihr beispielsweise entweder aus dem Ordner runtergeladen habt oder auch schon selbst erstellt habt. Und die wählt ihr dann aus und klickt einmal auf Öffnen. Danach werden diese LUTs importiert und ihr findet die hier in Affinity Photo. Und wenn wir jetzt uns einmal hier durchklicken, dann seht ihr, dass wir alle möglichen LUTs eben ganz einfach mit einem Klick hier anwenden können. und dadurch den Look von unserem Bild deutlich verändern können. Und das ist eben besonders spannend zum schnellen Bild bearbeiten, beziehungsweise eben um beispielsweise auch so einem Instagram-Feed in einen einheitlichen LUT zu geben. Wir nehmen jetzt einfach den Nummer 5-Til in Orange LUT und schließen dieses Fenster. Und wenn wir zurück auf Ebenen gehen, sehen wir bei der Anpassung, dass wir diesen LUT eingefügt haben. Diesen LUT können wir jetzt natürlich noch von der Deckkraft jeweils anpassen. Damit sieht man auch, was der LUT im Endeffekt macht oder wie stark man ihn gerne hätte. Außerdem können wir auf diesen LUT natürlich auch eine Maske anwenden und dann beispielsweise Bereiche wegzeichnen, die wir nicht gerne eben in diesem Bild sichtbar hätten. Dafür wählen wir natürlich unseren Pinsel wieder aus mit der Farbe Schwarz und können dann beispielsweise hier, ihr seht es, den Bereich auswählen, beziehungsweise wegmaskieren, wo dieser LUT nicht angewandt wird. Und damit könnt ihr im Endeffekt eure LUTs auf Bilder anwenden und damit eben einen einheitlichen Look generieren. Aber ich habe ja vorher schon mal kurz angesprochen, dass das nicht die einzige Variante ist, sondern wir können auch unsere eigenen LUTs entwerfen. Dafür löschen wir mal kurz diesen LUT hier weg und wir erstellen jetzt unsere eigenen Anpassungen. Das Ganze machen wir jetzt hier unten mit den sogenannten Gradationskurven. Ich möchte ganz gern, dass wir hier ein bisschen mehr Kontrast reinbringen. Das heißt, wir machen hier so eine S-Kurve rein und ich möchte ganz gern, dass wir noch so ein bisschen einen Teal and Orange Look drin haben. Deswegen gehen wir hier auch nochmal hin, gehen auf die sogenannte Farbbalance und können jetzt die Farben hier nochmal anpassen. Heißt, wir können hier beispielsweise mehr Cyan ins Bild bringen und das Ganze noch ein bisschen bläulicher machen und das Ganze noch ein bisschen vom Gelbton beeinflussen. Jetzt gehen wir aber nochmal spezieller gesagt in die Lichter und machen die nochmal deutlich gelber und in die Schattenbereiche und machen die nochmal deutlich blauer. So. Und siehe da, wir haben unseren Teal and Orange Look so ein bisschen reingebracht. Wir aktivieren und deaktivieren das Ganze mal kurz und haben jetzt eben so einen Teal and Orange Look hier schon drauf. Sobald wir mit dem Ergebnis zufrieden sind, können wir hingehen auf Datei oben in unserer Leiste und dann finden wir hier LUT exportieren. Und dann öffnet sich dieses Fenster hier. Ganz kurz, hier oben erstellen wir unseren Titel. Das heißt, wir nennen den in diesem Fall Teal unterstrich Orange unterstrich Affinity und haben hier die Möglichkeit, verschiedene Formate auszuwählen. Ich würde euch empfehlen, Punkt Cube zu nehmen. Das Punkt Cube Format ist im Endeffekt ein Würfel, der Höhe, Tiefe und Breite hat und der die Inhalte von unseren Adjustments beinhaltet. Im Endeffekt müsst ihr eigentlich bloß wissen, dass dieses Punkt Cube Format beispielsweise auch von Video Editor Programmen verwendet werden kann. Das heißt, ihr könnt diesen LUT danach auch in Premiere Pro, in DaVinci Resolve oder mit welchem Programm ihr auch immer arbeitet, anwenden und habt dann den gleichen Look, den ihr hier auf dem Bild erstellt habt, auch auf einem Video. Mit der Qualität würde ich euch empfehlen, auf 64x64 zu gehen, denn dann ist diese Qualität von dem LUT wirklich die beste, die es sein kann. Und ihr könnt theoretisch hier auch noch euer eigenes Vorschau-Bild reinladen. Für mich passt dieses Vorschau-Bild meistens ganz gut. Und ihr müsst bloß noch auf Exportieren klicken. Euer Ordner öffnet sich, den ihr eben hier vorausgewählt habt und ihr könnt einmal auf Sichern klicken und euer LUT wird jetzt gesichert. Wir deaktivieren mal kurz diese beiden Ebenen, um einfach mal kurz zu checken, wie der LUT funktioniert, gehen auf unsere Anpassungen und öffnen nochmal einen LUT, sagen LUT importieren, wählen unseren LUT aus, den wir gerade erstellt haben, in diesem Fall Teal & Orange Affinity, öffnen diesen LUT und finden ihn ganz unten hier und wenn wir ihn auswählen, dann wurde unser LUT, den wir gerade erstellt haben, eben auf unser Bild angewendet. So, wir deaktivieren mal kurz diesen LUT, aktivieren die beiden wieder und siehe da, wir haben eigentlich genau den gleichen Look, den wir gerade eben hatten, nur durch einen LUT. Und damit könnt ihr eben euren Look vorher definieren und dann auf alle eure Bilder anwenden, wie ihr gerade lustig seid. Und das Arbeiten mit LUTs in Affinity Photo ist dadurch einfach wirklich einfach, geht schnell und funktioniert auch wirklich, wirklich gut. So viel zu den LUTs in Affinity Photo. Ihr wisst jetzt, wie man LUTs erstellen kann, ihr wisst jetzt, wie man LUTs anwenden kann und übrigens, diese selbst erstellten LUTs, die kann man beispielsweise auch in Videobearbeitungssoftware anwenden. Probiert das einfach mal aus, je nachdem, welches Schnittprogramm ihr vielleicht auch zu Hause rumliegen habt, sei es Premiere Pro, sei es DaVinci Resolve oder Filmora oder Sonstiges. Ganz egal, die können eigentlich alle LUTs verarbeiten. Importiert einfach mal eure eigenen LUTs und schaut mal, was ihr damit für einen Look rausbekommt. Ansonsten, falls euch dieses Video gefallen hat, das ist wie gesagt ein kleiner Auszug aus meinem Grundlagenkurs zum Thema Affinity Photo gewesen. Den Link dazu findet ihr einmal unten in der Videobeschreibung. Da gibt es natürlich auch einen Discount-Code. Ansonsten, für weitere hilfreiche Tipps und Tricks rund um Affinity Photo, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich natürlich auch riesig von euch über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer eine wundervolle Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!